Ideen gegen die Krise Mit spürbarer Innovation gegen die Krise. Dresscode 21 versteht sich als Kreativschmiede in der Modebranche. Das Unternehmen hat ein innovatives Hemd, genannt Business Shirt, für die Geschäftswelt entwickelt. Bequem wie ein T-Shirt zu tragen, bietet es eine elegante Alternative zu Hemd und Krawatte. Als Material werden umweltschonende, funktionale Naturfasern eingesetzt. Diese Nanotechnologie kombiniert schweißabsorbierende und geruchsneutralisierende Eigenschaften mit innovativen Design. Die bügelfreien Shirts gibt es in verschiedenen Farbkombinationen. Entwickelt und produziert wird in der Steiermark. Das Business Shirt zeigt, dass man durch Innovation auch in einer schwierigen Zeit neue Arbeitsplätze in der Region schaffen kann. Mit dem Kauf dieses Shirts beteiligt man sich auch an einem Innovationsfonds für neue Ideen. Dasagit dann, wenn man durch Innovation auch in der Region Loupe geht.